Aronia Pflanzen für Plantagen. Hier möchte ich einmal die Qualität unserer Pflanzen zeigen. Diese Pflanzen sind drei Jahre alt, wurden im letzten Jahr hier angepflanzt und liefern pro Pflanze schon anderthalb bis zwei Kilo Beeren. Es handelt sich dabei um die Sorte Nero. Wichtig ist immer noch, auch wenn es sich um die gleiche Sorte handelt, dass Wert auf die Aufzucht und gute Qualität der Pflanzen gelegt wird. Diese können wir garantieren mit bis zu 100 Zentimetern an Pflanzmaterial. Die Pflanzen sind also bis zu 100 Zentimeter groß, haben circa fünf bis sechs Triebe und liefern eben, wie hier zu sehen, konstant hohe Erträge bereits ab dem ersten Standjahr. Weitere Informationen zu unseren Pflanzen und Anbauinformationen finden Sie unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal zu sehen, wie ertragreich diese Pflanzen sind. Wie gesagt, es handelt sich hier um Pflanzen, die sind drei Jahre alt und wurden im letzten Jahr hier gepflanzt. Und die Erträge sind einfach wirklich umwerfend. Alle weiteren Informationen zu den Pflanzen und zu der Anbauanleitung finden Sie unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Wir sind ein paar Jahre alt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal. Einen. Uuuh. Bis zum nächsten Mal.